Das ist ein antikes Weltwunder, doch was dahinter steckt, wird dich schockieren. Die antike Stadt Petra in Jordanien besteht aus über 800 Bauwerken, wie Grabkammern, Tempelanlagen oder einem Theater, das einst 8000 Leute beherbergte. Eines ist jedoch extrem seltsam. Die historische Sicht sagt, dass Petra ca. 500 vor Christus von einem Nomadenstamm erbaut wurde. Doch in ägyptischen Texten tauchte das Weltwunder bereits 600 Jahre früher auf. Noch dazu ist die umliegende Region sogar 7500 Jahre älter. Die Tempelanlagen haben präzise astronomische Ausrichtungen und die Stadt besitzt ein extrem ausgeklügeltes Wassersystem. Zu allem Überfluss sind die Gebäude innen wie außen riesig und niemand weiß, wo die ganzen Steine hingebracht wurden oder wie Petra mit einfachsten Werkzeugen erbaut wurde. Also wie kann das sein?